Ja, hallo und willkommen zurück. Wir müssen laufen. Da ist große Mama Spinne. Kann ich hier agieren? Große Mama Spinne, große Mama Spinne. Oh, große Mama Spinne. Nein, bin ich tot. Ihhh, du bist mega hässlich. Geek ist also groß. Mama Spinne. Lauf. Kann ich damit agieren? Nein. Muss hier hin. Berli ist weg. Berli ist weg. Nee. Berli wird ge... Nein, nicht Berli. Ähm. Komm. Wir müssen Mama Spinne entkommen. Die kann aber durch. Ja, komm. Boah. Nee. Komm. Interagiere. Äh, wie soll das gehen? Ich kann hier interagieren. Ja, ist ja richtig. Ich würde auch gern Berli auf meine Schulter nehmen. Zu langsam. Nein. Nein. Okay, du hängst hinten im Stein fest. Das ist gut. Hier ist schon wieder vorbei. Aber hoffe ich Checkpoint. So durchsterben. Okay, man kann das Spiel ein bisschen triggern. Ich hoffe, sie bleibt da wieder hinten stecken. Weil ich glaube, ich... Ja. Ja. Wegfindungsprobleme. Sie triggert gerade Berli. Hau ab, du. Du Schuft. Weißt du, erst hat sie Angst vor Feuer. Und auf einmal dann nicht mehr. Berli. Ich glaube, ich muss die Fackel einfach wegschmeißen und wieder Berli schnappen. Okay, okay. Ich muss ja drohen. Kommt ja, der wird ja wieder angescheißert. Und zwar hier. Und lässt Berli in Ruhe. Hau ab da. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich facke dich. Pess. Äh. Ah. Hab ich noch nicht ganz so verstanden, wie das funktioniert. Komm Berli, wir müssen sie triggern, dass sie da hinten am Stein hängen bleibt. Dann haben wir ein paar Minuten, paar Sekunden länger Zeit. Komm Berli. Äh. Äh. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Dieses Spiel, ne. Nimm's, nimm's, nimm's doch. Alter. Okay. Richtig werfen. Okay. Ich versteh's nicht. Ich, ich, ich. Ich versteh's einfach nicht. Wie ist so random? Komm, lauf. Das ist doch ein safe spot. Ja, aber es, es klappt doch nicht. Auf. Jetzt bin ich tot, weil ich durch Blut gelaufen bin. Ich muss unten lang. Okay. Och, Mensch. Spiel. Bomberli. Manchmal, also, ich versteh's noch nicht, wie ich sie damit abwehren kann. Zu 100%. Ich schlage und sie haut nicht ab. So, lauf. Also kann ich Berli ignorieren. Ja, du kannst mich, du hast Homecoming Shots. Wissen wir, haben wir begriffen. Gut, sie muss mich angucken. Ah, sie guckt mich an. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis sie hier das Tor zerstört hat. Oh, da lang geht. Oh, da lang geht. Habe ich's geschafft. Habe ich's jetzt endlich geschafft. Es ist nicht schwer, aber manchmal wird der, wird der Effekt nicht getriggert, dass ich sie verjage. Alles, mäh, alles voller Eier. Okay, ich bin tot. Mal wieder. Okay, das Ei ist kaputt. Da schlüpft gleich was. Äh? Wie? Nein. Wie soll ich das? Kann ich denn zurück? Oder? Gibt's hier irgendwie was? Wie ich das trigger? Bärlis, unbeeindruckt. Oh, oh, oh. Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Ja. Mama Spinne ist auch da. Die Mama Spinne legt ganz viele Eier. Die Mama Spinne ist sehr wütend. Hm. Mama Spinne müssen wir wahrscheinlich irgendwie in den Tod schicken. Bärli kommt nicht hinterher. Oh nein. Hau ab. Niemand mag euch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir müssen hinterläschen. Du ziehst seine Kreise und es ist mir völlig... Ach. Nein. Och Mensch. No. Okay, hier ist ein Checkpoint. Wir müssen anscheinend hinter den Spinnen hinterher. Komm, da kommt ein Beinchen durch. Nee. Komm, Bärli. Komm, Bärli. Schnell, Bärli. Ähm, da hin. Und hier oben wartet Mama Spinne. Eieieiei. Alles voll von diesen Viechern. Nicht hier noch interagieren? Hier kann ich interagieren. Da pisst euch. Komm. Ich renne jetzt einfach. Ich las Bärli einfach zurück. Ist hier irgendwas? Kann ich hier noch irgendwas freischauen? Oh. Ein Schm... Nee, hier ist nichts weiter. Ja. Hä, warum gibt's das? Warum gibt's denn das hier? Ist das New Game Plus? Hä? Hier ist was, was ein Raum ist. Sieht auch wie eine Arena hier. Ähm. Tot? Einfach tot? Komm, gucken wir uns die Fackeln. Nimm mir noch eine Axt, dann kannst du sie schlagen. Was ist die Farbe? Ja, ja, ja. Handig. So, jetzt kümmere mich hier runter. Ja. Oder ich muss einfach ganz schnell durchlaufen. Wir laufen einfach mal ganz schnell. Okay, da ist die Festplatte vollgelaufen. Jetzt ist nochmal ganz schnell. Wir werden jetzt einfach hier durchlaufen. Gucken, was passiert. Entweder wir sterben oder Bärli stirbt. Bärli stirbt. Bärli stirbt. Ist noch nicht ganz verstanden. Oder muss ich die Spinne da durch... Nee. Das wird's sein. Guck mal her, mein Freund. Lauf. Wir müssen eine Spinne holen. Wir müssen sie opfern. Ja, ja, ja. Ihr macht das schon. Deswegen wird es dieses Gebiet hier unten geben. Guck mal her, mein Freund. Wo ab? Nee, 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 nee. Echt Richtung, boy. Nee, 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 nee. Du wirst doch da... Ey, du blödes Missvieh. Komm ab. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es rausgefunden. Ich muss jetzt noch mehr Spinnen organisieren. Nicht Wahnsinn, oder? Das war nur ein Schäuperdraht. Ich sehe schon Bösartiges. Da sind fette Spinnen. Da ist das, 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 das. Ja. Ich bin in den Knüppel. Wirklich, die Spinnen damit. Wirst du? Ich da rein? Ah. Nu. Moment. Hau ab. Ich muss nicht so auf den Dicken Macker tun. Oh. Oh. Hm. Und nu? Warten, hier kommen wir jetzt wohl nicht weiter. Wir brauchen dafür noch irgendwas. Okay. Hier ist eine Falle. Da muss die Spinnen reinlocken. Habe ich wenigstens ein Checkpoint? Ja. Gut Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.